Ahoi und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Starfield, meine Freunde. Ja, schön, dass du wieder mit dabei bist. Wir sind in der verlassenen Mine. Hier soll die Hauptarter sein. Wir haben schon festgestellt, dass wir verschiedene Sachen nicht abbauen können. Wahrscheinlich sind wir einfach nicht geskillt genug. Es gibt Blei, was ich mitnehmen kann. Ich nehme so ein bisschen Blei mit. Aber mein Hauptaugenmerk wäre definitiv... Aluminium. Wir haben hier unten ein paar Grappler gesehen, beziehungsweise einen bisher. Es hört sich aber viel mehr an. Diese Pirscher. Hier drüben liegt noch einer. Da gehen wir jetzt mal als nächstes hin. Da oben liegt noch was. Sie greifen auf jeden Fall an. Sarah? Geht's dir gut? Dann würde ich sagen, gehen wir mal runter, gucken wir mal, ob wir Dichtmittel finden. Dieser Körperteil sollte zu gebrauchen sein. Denke ich auch. Okay. Okay, was haben wir denn hier? Oh, was ist das denn? Enttarntes Quarksgewebe. Klebstoff. Oh. Guck mal hier. Was ist das denn hier alles? Ah. Cool. Nehmen wir alles. Arkane. Hier, Benzol. Ich rette jetzt. Den Kater darfst du behalten. Waffen nehme ich, äh, Munition nehme ich immer gerne mit. So. So, was hat's der hier? Credits. Spaghetti Carbonara. Ah, Kaliber. Medipack. Ja, die Carbonara nehme ich mit. So, hier haben wir Blei. Wie gesagt, den baue ich auch ab. So, irgendwas noch. Was hier noch ist? Hier, das gibt's wahrscheinlich. Die haben wir leer gemacht. Das ist die hier. Eisen. Das hier ist Neon. Ja, super. Das kann ich alles nicht abbauen hier. Kreaturhaufen. Äh, E. Elium. Okay. F. Nehmen wir raus. Was ist das hier? Toxin und Fasern. Okay. Ist da unten noch was gibt? Weiß ich nicht. So, äh, oh, ich hab Aluminium. Meine Freunde, ich hab Aluminium. Okay. Dichtmittel, wie super ist das denn Dichtmittel, das ist richtig cool. Eingestürzte Mine. Das ist auch wieder ein Ausgang. Okay. Da gehen wir mal gleich gucken. Vielleicht gibt's hier unten noch was. Äh, ich mach mal kurz schnell speichern. Man weiß ja nie. Lass uns mal kurz hier rüber. Gibt's hier noch jemand hier unten? Weiß ich mal rum. Du hast doch ein Pack. Warum machst du dir denn selber weh? Nee, hier waren wir schon, hier sind wir schon durch, denke ich. Hier unten ist nix mehr. Aber wie cool ist das denn? Ist da noch ein Haufen, auf dem du liegst hier? Liegst du auf einem Haufen? Alkane Entlüftung. Alkane Entlüftung hinzugefügt. Warte. Wie cool ist das denn hier unten? Wie cool ist das denn? Was gibt's denn hier alles? Was hier nicht alles gibt. Hier sind wir runtergekommen. Ja, hier sind wir runtergekommen. Hier gab's dann irgendwie nur Quatsch. Hier sind wir langgelaufen. Da gibt's doch diese Haufen, oder? Hier, guck mal. Alkane Entlüftung. Neon hinzugefügt. Kann ich da Eisen vorkommen? Das kann ich nicht aufheben. Warte mal. Warte mal. Guck mal. Warte mal. Jetzt muss ich mal gucken. Wenn ich die doch hier... Warte mal. Das ist Blei. Blei nehmen wir mit. Ne, ist kein Blei. Ist verarsche. Da drüben. Alkane hinzugefügt. Das ist schon cool gemacht, muss ich wirklich sagen hier. Also wirklich, muss ich wirklich sagen, find ich echt cool. Ohne, ohne Blödsinn. Schreibt's gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ob ihr das auch so feiert, wie ich gerade. So, hier haben wir alles gemacht. Das heißt, wir gehen jetzt an dem Ausgang hier raus. Da sind wir alles durch. Echt coole Sache hier. Echt coole Sache. Was sind wir jetzt rausgekommen? Bin ich mal gespannt. Ah ja, okay. An diesem Grat sind wir rausgekommen. Boah, sehr schön. Sehr nice. Was ist das hier? Äh, Silber. Nimm mal mit, haben wir gesagt. Und da drüben sind auch noch Gebäude. Wollen wir da schnell mal hingehen. Da waren wir noch nicht, oder? Waren wir da schon? Also ich mag das Boosterpack. Ich mag echt das Boosterpack, muss ich wirklich sagen. Hier gibt's auch nix. Okay, das ist nix. Ja. Ich glaube, ich krieg jetzt diese Greta Graser. Krieg ich auch gescannt. Sag mal her, auf. Wo bist du? Komm her. Geh mir doch nicht aus dem Weg, du Held. So, haben wir. Komm, auf geht's. Hier lang. Jag's ja nicht. Hast du jetzt drauf geschossen? Nein, ne? Okay, hier ist nix mehr. Doch, da ist noch was. Hier unten liegt noch was. Gucken wir mal rein, was das hier ist. Ah, hier ist nix. Was bist du denn? Was bist du denn? Ah, die haben wir schon gescannt. Okay. So, dann würde ich sagen, gehen wir zurück zur Station. Ein kleines bisschen hier. Ein kleines bisschen hier. Bring sie doch nicht um, Mensch. Quecksilber. Quecksilber haben die. Quecksilber. Quecksilber. Was hat der hier? Der Source Nährstoff. Okay. So, wir laufen zurück zu unserem Schiff. Das ist schon recht cool gemacht, muss ich sagen, ja. Äh, wo ist denn hier? Warte mal. Begib dich zum... So, hier ist unsere Plattform. Dann würde ich sagen, gehen wir zurück. Wir beeilen uns mal ein bisschen. Ich finde das so cool. Mit diesem Booster. Gefällt mir. F, habe ich die schon gescannt? Ja, die sind mal durch. Also, da sind wir durch. Die Ressourcen haben wir alle schon gefunden. Wir haben, was haben wir noch aktuell noch offen? Wir haben, äh, die Fauna haben wir zwei von drei vollständig gescannt. Und wir haben die Flora eins von drei. Die Flora eins von drei, ja, den haben wir schon. Die Nebelarcane. Na, was bringt die eigentlich? So, wir probieren jetzt mal was. Ernten. Fasern hinzugefügt. Also, mit E kann man ernten. Das ist okay. Blei lassen wir mal gut sein jetzt. Da haben wir noch welche. Die können wir noch scannen. Dann haben wir wieder gescannt. Und Silber. Sehr schön. Hammer gescannt. So, lauft weg. Aluminium, meine Freunde. Wir haben Aluminium. Sehr schön. Aluminium haben wir bekommen. Jetzt können wir ein kleines bisschen schauen, was wir bauen können. Es tut mir leid. Es ist, es ist nicht fair. Es ist wirklich nicht fair. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Ohne Blödsinn. Oh, nidlich. Aber ihr habt Materialien. Ja, aber Sinn und Zweck ist nicht, dass ich euch töte. Das will ich nicht. Deswegen lasst ihr euch mal am lieb. Was ist das? Nährstoff. Es ist einfach nur cool, diese Box. Dieser Boosterpack. So, meine Freunde. Jetzt will ich dich mal was schauen. Denn ich habe doch jetzt an sich relativ viele Sachen dabei. Ich möchte dir geben. Transfer. Ich gebe mein Inventar. Ich habe Ressourcen. Aluminium zweimal. Aminosäure. Blei habe ich ganz viel. Ich weiß nicht, ob ich das alles reinkriege. Doch, probieren wir es einfach hier. Dichtmittel. Sehr schön. Dichtmittel ist sehr schön. Fasern kommen drüber. Stativ und Klebestoff. Kupfer. Nickel. Nährstoff. Toxin. Silber. Faser. Toxin. Uran. Sehr schön. Alles drin. Und hat ein bisschen was übrig. So, jetzt möchte ich mit euch noch bauen. Das heißt, wir gehen in F, wir gehen in Außenposten und wir gehen in V. Wir gehen ein bisschen hoch und ich gehe jetzt hier einfach mal rüber. Was haben wir denn hier? Kraftstoffgenerator, Schalter kannst du bauen. Einfacher Fabrikator. Was kann hier? Guck mal. Dichtmittel. Außenposten, Luftschleuse. Außenposten, Luftschleuse. Die Frage ist, wo setzen wir das hin und wie setzen wir es hin? Ich muss ja wirklich gestehen, ich habe echt einen beschissenen Platz rausgesucht, ja? Aber wirklich einen beschissenen Platz. Weiß ich nicht, was ich mir dabei gedacht habe. So, das Wohnmodul. Aluminium fehlt mir hier. Hier fehlt mir alles Aluminium. Wissenschaftsmodul. Wohnmodul rund. Korridor industriell. Luftschleuse. Schön, dass du Luftschleuse hast, ja? So, Waffenbergbank kann ich bauen. So, Geschützturm. Das haben wir. Das haben wir. Die Lagerkiste könnten wir jetzt wieder eine bauen. Was können hier? Das ist dieser Helium-Extraktor. Alkane kann ich bauen. Und Aluminium, äh, Eisen. Das heißt, hier könnte ich ohne Probleme hinbauen. Da wäre der Nächste, den ich bauen kann. Ähm, ist okay. Hier habe ich Alkane, die ich abbauen könnte. Ist okay. Und Helium habe ich hier gar keins. Hier gar kein Helium. Gut, das heißt also, wenn bauen, würde ich sagen, auf jeden Fall hier nicht rüber. So, heißt also, ich würde jetzt bauen, eine Luftschleuse. Und wie setzen wir die hin? Meine Luftschleuse wäre jetzt in diese Richtung. Geht das? Ja, sieht so aus. Gehen wir mal ran. Nein. Äh, nein. Escape, abbrechen. Ich würde dich hier hinsetzen. Bestätigen. Also, ich habe nicht genug Ressourcen. Das heißt, ich muss auf jeden Fall Aluminium bekommen. Gut, aber das haben wir schon mal gemacht. Dann verlassen wir den Spaß und gucken uns das Ganze mal an. Hier, guck mal her. Ja, guck mal her. Die Butze. Guck mal her, ne Butze. Meine Butze hier. Guck mal her. Meine Butze, ha? Und hier habe ich dieses komische Star Fright. Okay, Gott, das ist okay. Ja, jetzt brauche ich einen Planet mit Aluminium. Ich brauche auf jeden Fall Aluminium. Und wir haben noch natürlich, äh, ähm, wir haben natürlich noch relativ viel. Wieso habe ich das nicht eingeladen? Guck mal hier, was ich hier noch alles habe hier. Ausgefallene organische Ressource. Wir gehen kurz mal ins Schiff. Wie gesagt, wir haben noch verschiedene Quests offen. Wir haben beispielsweise noch den anderen Planeten offen. Dann würde ich sagen, gehen wir als nächstes hin. Wir wissen, hier ist unser Planet. Ich möchte kurz mal in die Forschung, mit der Hoffnung, dass ich forschen kann. Ohne, dass ich Materialien, also dass jetzt er weiß, wo er die Materialien herholt. Dass wir mich mal schauen. Forschung benutzen. Wir haben hier, blockiert, Arzneimittel, Aminosäure. Aminosäure habe ich doch, glaube ich, bekommen, oder? Was haben wir hier? Aromastoff, Gewürze, was habe ich hier? Dekoration, das ist alles Quarkes hier. Das ist alles blockiert. Da brauchen wir Design. Das ist alles blockiert. Also im Endeffekt haben wir hier nur Arzneimittel. Und da brauche ich Aminosäure. Hm. Aminosäure, Arznei, also okay, dann brauche ich. Entschuldigung, ich gehe mal ins Inventar, denn ich kann ja auswählen. Ressourcen. Nein. Okay, die Front hier, das ist meins. Ressourcen. Aminosäure. Aha. Dann gehe ich nochmal ganz kurz raus. Denn ich möchte natürlich kurz gucken, ob ich Aminosäure habe. Einmal schauen, ob ich Aminosäure habe. So, alles voll. Natürlich ist alles voll. So, schauen wir kurz mal rein. Transfer, Aminosäure. Hier habe ich keine Aminosäure. Kuh, Inventar. Transferbehälter. Frontier, Transferbehälter. Ressourcen. Nein, kein Aminobehälter. Das ist mein Inventar. Da habe ich auch keinen Aminobehälter. Frontier habe ich gerade reingeschaut. Das ist auch nichts. Dann gehen wir mal hier rein. Und schauen wir mal hier rein, ob der was hat. Hier, komm. Och, komm. Zick doch nicht rum. Stell dich doch nicht so an. Transfer. Aminosäuren. Da habe ich doch Aminosäuren. Guck mal. Ansonsten haben wir hier auch Dichtmittel, Fese. Wie gesagt, was uns fehlt, ist halt definitiv. Inventar, Frontier, Feststoffbehälter. Okay, Aminosäuren. Dann machen wir nämlich die Arzneimittel fertig. Und dann fliegen wir los. Haben uns lang genug hier auf dem Planeten aufgehalten. Vor dem Aufbruch noch Zeit für ein Nickerchen? Hm? Ja, gerne doch. Oder jeder getrennt. So, Arzneimittel. Arzneimittel, wir haben... Und wir beenden es. Aminosäure, bitteschön. Bestätige. Nochmal. Hm? Okay. Ich habe doch... Habe ich nicht 10 Aminosäure gehabt? Mhm. Ganz Entschuldigung. Das wollte ich nicht. Ich weiß es. Warum hängt es jetzt? Irgendwas hängt hier. So, weg mit dir. Inventar. Jetzt habe ich es. Ich hatte gedacht, ich hätte Aminosäure. 10 Stück, aber irgendwie... Habe ich nur eins mitgenommen. Kann das sein, dass ich nur eins mitgenommen habe? Ich habe ich hält. Oh. Guten Tag, Ketten. Guten Tag. Tutengarg. Tutengarg. Aminosäure. So, kommen wir mal hier rein. Äh, hier ist keins drin. Ne, hier ist auch kein Aminosäure. Wobei, ich lasse mich kurz mal mal in das Transfermodul gucken. Nein. Hier. Ja. Äh, nein. Auch keine Aminosäure. Ne, ich hatte nur eins anscheinend. Ich habe gedacht, ich habe 10 gehabt. Ja, was habe ich hier? Argon. Nö, fällt aus, wegen ist nicht. Gut. Dann, meine Freunde. Dann geht's los. Up and away. Dann heben wir mal ab. Ein kleines bisschen. Bist du abgehoben? So, wir gehen auf die Karte. Hier haben wir kein Aluminium. Das wissen wir jetzt. Ich gehe eins, springe ich eins weiter. Dann gibt's hier. Ähm, wir wollten in... Ich gehe noch eins. Ne, Quatsch. Ich wollte zurück. Ich wollte zurück. Und zwar weiß ich, dass ich nach, ähm, hier hin muss. Kann ich da direkt hin? Jawohl. Und Sprung. Halt, stopp. Gravitation. Ja, ich gebe um Antrieb. Gehe jetzt ein kleines bisschen zurück. So, dann haben wir den hier. Dann gehen wir nochmal auf die Karte. Dann wollen wir nach da, haben wir gesagt. Biazi. Und einmal Sprung. Notfall. Notfall. Kommt zu meiner Farm. Schnell. Gut, Notfalle sollen zu seiner Farm kommen. Jetzt gucke ich erstmal auf die Karte. Verlassene Waffenstation. Hier bin ich. Ähm, einmal Tab. Wo muss ich hin? Hier muss ich hin. Hier muss ich hin. Land. Dann schauen wir mal. Ich tue dann gleich mal ein Speichern. Werte speichern. Gut. Einmal aufstehen. Ah, da ist die Urban Eagle. Da ist meine Urban Eagle. Hier. Hier haben wir noch ganz viele Sachen. Hier ist die Urban Eagle. Die wollte ich haben, die Urban Eagle. Die Urban Eagle wollte ich haben. So. Hey, Sarah. Kann ich helfen? Können wir reden? Ist mir recht. Wir unterhalten uns später. Gut. Dann. Hier geht's raus. Was für eine Welt. Einfach. Wunderschön. Gut. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Wir. Merci. Jetzt. Was ist das? Das war's für heute. Das sagt's aber richtig. Der Frost fängt an, sich auf ihre Instrumente auszuwirken. Der Frost fängt an, sich auf ihre Instrumente auszuwirken. Ja, wir wissen ja. Aber es ist, wie es ist. Und es tut mir leid. Ja, ich geh wieder rein. Aber ich wollte gerne die haben. Die hätte ich gerne ausgerüstet. 43 Schuss. Das ist nicht viel. 43 Schuss. Q. Ne, B war's. Und dann hätte ich's gerne auf der 7. Spin. Oh, ho, 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 ho. Hat nicht viel Schuss. Gescannt. Furchtlos. Äh, scannen hätte ich gerne. Guck mal her. So, wir werden gleich ein bisschen gescannt haben. Und dann schauen wir mal, ob wir da noch was anderes bekommen. Haben wir die schon alle gescannt? Ja, die haben wir schon alle gescannt. Ansonsten haben wir da nichts mehr, ne. Gut. So, das haben wir hier. Siehst du. Was gibt's? Gibt's hier Aluminium? Weißt du, ich hab's gar nicht gescannt. Ich hält, ja. Unbekannt. Äh, das ist klar. Ich wollte hier gucken, was gibt's ja noch. Wir müssen. Wo müssen hier denn hin? 35. Bin ich jetzt nicht dort, wo ich sein sollte? Jagen? Was jagst du denn? Was? So, was haben wir denn hier? Ich war der Meinung, dass wir hier jetzt gerade sind, wo wir hin müssen. Hm. Andere Mikroboote gekommen. Hat er mich doch an... Hat er mich doch an... Hat er mich doch an... Hat er mich doch angespuckt hier, der Held. Wo gibt's denn sowas hier? Ich muss mehr die Bäume ernten. Machen wir irgendwas hier noch? Was ist das hier? Nickel. Was hat hier geschossen? Ein bisschen Nickel. So, jetzt lass mich doch kurz mal gucken in die... Ins Lock. Was hab ich denn hier? Halt. F. Lock. So, ins Unbekannte. Äh, gescheiterte Kommunikation. Händler. Zurück an die Arbeit. Hier, findet das Artefakt das hier. Kurs festlegen. Da bin ich doch hier. Interessant. Ich bin hier gelandet. Und hier gibt's halt dann... Nichts. Bin ich hier falsch? Bin ich das Artefakt auf Planet Tör? Wieso bin ich jetzt mal ehrlich? Wieso bin ich jetzt hier gelandet? Das müsste mir mal jemand erklären, warum ich hier gelandet bin. Ich bin hier gelandet bin. Struktur hinzugefügt. Gut, dann haben wir es endlich gescannt. Dann holen wir eine Struktur dazu. Und dann gehen wir zurück zum... Die haben wir noch nicht gescannt. Jagend. Die haben wir noch nicht gescannt. so struktur hinzugefügt dann noch mal zurück gut geht es einmal zurück so von der habe ich mehr munition ja nicht so die durchschlagskraft aber da habe ich mehr munition ich war der meinung dass wir hier landen sollen aber anscheinend nicht du lehnst einmal im raumschiff und einmal hier hoch lassen wir die kiste abheben machen wir auch gut habe ich da irgendwas zum zum arzneimittel habe ich da irgendwas nein fehlt mir aminosäure ok gut so wir wollen abheben und dann schauen wir mal wo die reise und sind führt so meine freunde wir sind auch schon wieder am ende einer folge heißt ich gucke jetzt mal wo ich hin muss f hier welches ist es jetzt das ding hier er zur karte er zur karte wir sind doch hier bei diesem piazza oder nicht ja da müssen wir hin das gucke ich mal und hier habe ich hier bin ja das habe ich erkundet hier hätte ich hin gemusst zum cryolabor dann würde ich sagen auf zum cryolabor und auf zur nächsten folge wie immer lasst mir ein like da lasst mir ein abo da wenn es euch gefallen hat immer auch gerne einen kommentar und ja dann würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten mal bis dann